Nach dem Spiel direkt von der Kassenbier in die Kabine gestellt, hat dann da das Bier getrunken. Da hatte ich sehr, sehr viele Tage, wo ich dann echt darüber nachgedacht habe, okay, das war es jetzt. Ich komme nicht mehr in den Profifußball rein. Und als wir dann Glose gesehen haben, war erstmal so ein Schockmoment, glaube ich, so schockstarre. Ich sage, oh, okay, den kennt man. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Club-Podcasts, die Spezialfolge aus dem Trainingslager. Heute mit einem Gast, den ihr alle schon ein bisschen besser kennt. Beim letzten Mal war Kasper Jander da als Neuzugang. Dieses Mal haben wir uns Lukas Schleimer eingeladen. Schleimi, servus, herzlich willkommen. Hallo, servus, danke, dass ich hier sein darf. Freut uns auch, bevor es losgeht, wie immer, kurz der Jingle von unserem Partner Add-On. Der Club-Podcast wird präsentiert von Add-On Personal, dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel. Schleimi, das Trainingslager neigt sich dem Ende entgegen. Wie ist aktuell noch so die Stimmungslage? Eine Woche in Österreich ist ja dann doch auch immer intensiv in der Vorbereitung. Wie sehr schmerzen die Beine? Ich muss sagen, die letzten Tage gingen eigentlich relativ schnell rum. Gestern noch mit dem Team-Event sehr viel Spaß gemacht hat. Hat uns noch mal, glaube ich, ein Stück weiter zusammen geschweißt und ja, das Training läuft gut. Die Plätze sind gut. Das Wetter ist gut. Also man kann sich gar nicht beschweren. Ihr wart unterwegs auf dem Wasser beim Rafting. Wie war es? Wer war mit bei dir im Boot und wer hat sich am besten angestellt? Meinem Boot waren Walle, Martenia, Thailand, Piki, Flicky, Reichert und Olaf. Ich muss sagen, es hat alles einwandfrei geklappt. Die Jungs haben alle gut mitgezogen und deshalb war es nicht ganz so anstrengend. Sind solche Team-Building-Maßnahmen dann für euch als Mannschaft auch wichtig, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, dass es das vielleicht noch mal ein bisschen zusammenbringt. Man ist halt abseits des Platzes. Man macht nicht immer nur in Anführungsstrichen das Gleiche, indem man auf dem Fußballplatz miteinander trainiert. Klar, ihr habt die Abende hier gemeinsam im Trainingslager, aber vielleicht dann sowas, wo man sagt, man kommt noch mal raus, in dem Fall aufs Wasser. Bringt euch das als Team vielleicht noch mal so ein paar Prozentpunkte, die am Ende entscheidend sein können? Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, in der Mannschaft gibt es ja auch immer viele kleine Gruppen. Mit dem einen versteht man sich besser, mit dem anderen versteht man sich gut, aber klar, man hat irgendwo seine engeren Freunde, aber ich glaube, so ein Team-Abend oder Team-Event, was wir gestern gemacht haben, das ist man in einer größeren Gruppe, man hilft einem untereinander und es macht einfach extrem viel Spaß. Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei, das ist nicht dein erstes Trainingslager. Wie ist denn so dein Eindruck von den Neuzugängen bislang? Es sind ja vor allem auch viele junge Spieler dabei, für die es, klar, die kennen Trainingslager an sich, aber das erste Mal mit dem Club, wie ist so dein Eindruck von den Jungs? Also bisher einwandfrei, muss ich sagen, also alle Jungs ziehen mit, macht riesen Spaß auf dem Training, jeder ist konzentriert, abseits des Platzes, macht mal mit jedem Spaß und ja, so kann es gerne weitergehen. Bevor wir noch ein bisschen über das Trainingslager sprechen, werfen wir mal einen Blick zurück auf die ersten beiden Testspiele. Was musstest du bislang bezahlen, weil du die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt hast? Da musste ich letztes Jahr einmal zahlen, da haben wir in Unterhaching bei dem Turnier gespielt, da war ich das allererste Mal Kapitän. Ja, musste ich eine gewisse Summe in die Mannschaftskatze reinzahlen, aber ja, ich meine am Ende, am Ende der Saison, dann fährt man mit der Mannschaft weg und da ist das Geld, glaube ich, gut angelegt. Wie kam es zu der Situation, dass du jetzt bei den Testspielen auch mal die Binde getragen hast und vor allem, wie hat sich das angefühlt? Klar, in Unterhaching, du hast gerade angesprochen, hast du die auch schon mal getragen, aber jetzt dann nochmal in den letzten Spielen ist ja jetzt auch nicht so, dass man die Binde einfach irgendwem in die Hand drückt. Ja, ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass man als Kapitän auf den Platz geht. Ist eine große Ehre von dem großen Verein als Spielführer auf den Platz zu gehen und ja, das gibt einem nochmal einen extra Push und ja, schauen wir mal, was die Zeit bringt. Wenn man so deinen Werdegang anguckt, dann war das wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch gar nicht so wirklich zu erwarten, dass du jetzt hier sitzt und wir zum einen über die Kapitänsbinde sprechen, aber zum anderen auch über dich als ja eigentlich jetzt schon festes, fester Bestandteil der Mannschaft in der letzten Saison ja auch zahlreiche Spiele bestritten. Hättest du da selber dran geglaubt, wenn du so zurückblickst oder wie schaust du generell auf deine Entwicklung? Nee, auf keinen Fall. Also daran geglaubt habe ich, glaube ich, sehr, sehr wenig noch, weil damals auch auf der Clubcouch habe ich ein bisschen darüber erzählt, dass der Zug eigentlich schon abgefahren war und nochmal ein Dankeschön an Christian Fjell, der mich da nochmal reingepusht hat und ja, letztendlich durfte ich dann mein Debüt feiern im Max-Morlock- Stadion. Und ja, das war, das war sehr, sehr schöner Moment. Und ja, gerechnet habe ich damit eigentlich nicht, aber umso mehr freut es mich, dass ich dann, dass ich mich dann doch so durchsetzen konnte und jetzt immer noch beim 1. FC Nürnberg bin. Du bist 2017 zum FCN gewechselt, damals noch von deinem Heimatverein aus der Bezirksliga, direkt der Sprung rüber, erstmal natürlich für die zweite Mannschaft. Aber war damals der Traum bei dir groß oder die Hoffnung zu sagen, ey, vielleicht kann ich es schaffen oder war das schon so, ich bin jetzt zwar noch im jungen Alter, aber ich spiele Bezirksliga. Die Chance, in den professionellen Fußball nach oben zu kommen, ist wahrscheinlich nicht ganz so gewaltig. Ja, also ich glaube, du hast es schon angesprochen. Chancen, viele Chancen habe ich mir da ja gar nicht mehr drin gesehen. Also ich bin im ersten A-Jugendjahr im Winter dann nach Nürnberg gegangen und ja, davor hat man einfach dreimal die Woche trainiert, hat gekickt mit seinen Freunden, hat dann nach dem Spiel direkt der Kastenbier in die Kabine gestellt, hat dann da das Bier getrunken und ja, dann ist man dann nach Hause gefahren und ja, daran geglaubt habe ich auf gar keinen Fall und ja, als dann die Chance sich ergeben hat mit dem einwöchigen Probetraining in Nürnberg und ja, dann musste ich die ergreifen und ja, dass das dann natürlich so gekommen ist, hätte ich auch nie gedacht. War das für dich aber auch eine große Umstellung? Du sprichst gerade an, wenn man nach dem Spiel gemeinsam mit den Kumpels in der Kabine noch ein Bierchen trinkt, das ist auf dem Niveau vielleicht auch noch ein paar Ligen höher, vielleicht auch noch normal. In der Bundesliga wird es jetzt nicht Standard sein oder beim professionellen Verein. Die Abläufe sind ganz anders, man trainiert täglich und nicht vielleicht ein, zwei, drei, vier Mal die Woche nur. Was musstest du vor allem für dich in den ersten Tagen und Wochen, vielleicht aber auch Monaten umstellen oder woran musstest du dich gewöhnen? Ja, alles war eine Umstellung. Ich war das erste Mal alleine von zu Hause weg, alleine in einer anderen Stadt, ohne Familie, aber die kamen auch sehr, sehr oft nach Nürnberg und ich glaube, das Härteste war das erste halbe Jahr in der U19. Da spielt man ja mit 98er, 99er und ja, das war glaube ich, das war die schwerste Zeit so, weil ich da auch sehr wenig gespielt habe. Klar, ich kam von der Bezirksliga, ich musste mich ja erstmal an das Niveau anpassen. Da habe ich auch sehr, sehr, sehr lange dafür gebraucht und ja, die ganzen Abläufe, dann das Beinkrafttraining, das Pensum, das kannte ich ja gar nicht. Und da bin ich glaube ich die ersten drei Monate mit derartigen Muskelkater immer nach Hause gegangen und ja, aber dann kam dann das zweite, das zweite Jahr in der U19, da war ich drin, ich kannte die Abläufe, konnte mich gut integrieren und ja, dann hat es da schon mal eine bessere Saison gegeben von mir. So, dann gab es den Sprung Richtung Profifußball, aber dann ja eine Saison, die wahrscheinlich für dich persönlich auch eher schwierig war, das Jahr Ausleihe zurück in die Heimat, zwar nicht zum Heimatverein, aber zum 1. FC Saarbrücken in der Saison 2021. War das auch so ein Moment, du hast es ab und zu schon mal ein bisschen erzählt, aber wie war das für dich in der Situation zu wissen, okay, ich werde jetzt verliehen, um Spielpraxis zu sammeln und dann funktioniert das nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, ist dann so, okay, vielleicht war es das jetzt mit dem Profifußball dadurch, weil die Chance dann, wenn man irgendwo nicht spielt, wo man Spielzeit kriegen soll, danach wieder in die höhere Liga zu wechseln, ja eher unwahrscheinlich ist. Du hast Christian Fehr schon angesprochen als ehemaligen Trainer, auch im Jugendbereich, der dich da dann wahrscheinlich entscheidend nochmal gepusht hat. Ja, ich glaube, Saarbrücken war eine sehr, sehr schwierige Zeit, die mich aber auch geprägt hat, muss ich sagen, die mich persönlich nach vorne geworfen hat. Also ich habe da, was das Persönliche von mir angeht, habe ich da einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, aber auch da hatte ich sehr, sehr viele Tage, wo ich dann echt darüber nachgedacht habe, okay, das war es jetzt. Ich komme nicht mehr in den Profifußball rein, da muss ich aber auch sagen, da haben mich meine Familie, dadurch, dass ich nur eine Stunde weg war, haben mich da sehr, sehr gut unterstützt. Meine besten Freunde waren sehr, sehr oft bei mir da, haben immer mir Mut zugesprochen und ja, ich habe dann einfach mein Ding gemacht. Ich habe dann wie immer versucht, auf dem Trainingsplatz 100 Prozent zu geben und weil ich wusste, irgendwann wird es dann doch belohnt und ja, du hast gerade angesprochen, mit Christian Fehrl habe ich dann einen Trainer in der U23 bekommen in Nürnberg, der mich auch gepusht hat. Und bei ihm bin ich dann auch nochmal gewachsen und dadurch dann auch nochmal hochgerutscht in die Profimannschaft. Du hast die Familie gerade angesprochen, wie ist da der Austausch, du hast drei ältere Brüder noch, die zwei davon zumindest, so habe ich recherchieren können, auch mit dir oder mit deinem Verein Fußball gespielt haben, mit deinem Jugendverein, der eine sogar noch Trainer dort ist. Holt man sich dann da auch mal Ratschläge oder sagst du, naja gut, der Vergleich ist dann doch schwierig, weil das Niveau halt ein anderes ist? Ja, letztendlich geht es ja um Fußball, klar holt man sich da Ratschläge, auch wenn das Niveau dann nochmal was anderes ist, aber da habe ich mir sehr viele Ratschläge geholt, auch wegen dem persönlichen, da habe ich mich sehr weiterentwickelt und ja, da war ich noch halb froh drum. Meine zwei Brüder haben dann selbst noch beide aktiv Fußball gespielt, bevor ich dann nach Nürnberg bin, durfte ich dann ein Spiel mit denen zusammen und Platz stehen in der ersten Mannschaft von Schweich und ja, das war so der große Traum, bevor ich dann noch nach Nürnberg bin. Und ja, das war ein unheimliches Gefühl, mit den beiden dann nochmal um Platz zu stehen. Jetzt mittlerweile, wir haben es eingangs angesprochen, mehr oder weniger eigentlich fester Bestandteil der Profis beim FCN, die Kapitänsbinde haben wir auch schon angesprochen, ist das jetzt auch für dich so ein Moment? Am Anfang hatte man immer den Eindruck, Lukas Schleimer ist ein Spieler, völlig unbekümmert, Straßenfußballer, Instinkt, aber auch einer der Abseits des Platzes für Spaß und Unterhaltung sorgt innerhalb der Mannschaft, aber auch bei den Fans. Bist du mittlerweile in einem Alter, mit 24 trotzdem noch sehr jung, aber jetzt so in der Situation, wo du sagst, so langsam ändert sich vielleicht was, ich muss oder will mehr Verantwortung übernehmen oder sagst du, ich muss mir auf jeden Fall das beibehalten, was ich habe. Kann man das vielleicht auch beides zusammen, Verantwortung übernehmen, aber trotzdem diese lockere, unbekümmerte Art? Ja, das auf jeden Fall, ich glaube, so ein Mix aus beiden, klar will ich jetzt mehr Verantwortung übernehmen auf dem Platz, neben dem Platz, ja, auf dem Training dann nochmal ein, zwei Kommandos geben, die Jungs pushen und, ja, und wenn dann das Training vorbei ist oder vor dem Training, dann, klar, die Scherze, die gehören einfach dazu, aber ich glaube, da muss man dann so einen Switch finden und den kann ich und wenn Training ist, ist Training, volle Konzentration aufs Training, aber wenn das Training vorbei ist, dann kann man die Scherze machen untereinander und ich glaube, das macht auch eine gute Mannschaft aus. Jetzt gibt es seit Sommer, seit dieser Saison einen neuen Cheftrainer mit Miroslav Klose, wie war für dich der Moment, der bekannt kam, als es klar war, das wird jetzt mein neuer Cheftrainer, ist ja vom Namen her ein und auch als Spieler ein sehr, oder eine sehr bekannte Person, wie war so für dich der erste Moment, was war die erste Reaktion? Die erste Reaktion, da war ich mit Flicky im Urlaub, da haben wir dann auch das Interview gesehen und haben dann gespannt geschaut, wer der Trainer wird und als wir dann Klose gesehen haben, war erstmal so ein Schockmoment, glaube ich, so schockstarre, ich sage, oh, okay, den kennt man. Also das war auf jeden Fall erstmal so ein Schockmoment, aber klar, dann freut man sich, ihn persönlich dann kennenzulernen, ihn Tag für Tag zu sehen auf dem Platz, was kann er dir mitgeben, wo sieht er deine Stärken, wo sieht er deine Schwächen? Und ich glaube, das kann er ganz gut einschätzen und von ihm kann man auf jeden Fall sehr viel lernen. Ich wollte es gerade angesprechen, ist das auch so für dich dann jetzt vielleicht ein Glücksgriff, dass du sagst, das ist ein Trainer, der selber als Stürmer auf dem Platz stand und für dich als Offensivspieler jemand, wo man sich nochmal eben Tipps, Ratschläge abholen kann, wie man sich in bestimmten Situationen vielleicht verhalten kann? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die kleinen Dinge, die machen es aus, wann du genau zum Ball gehst, wie du dich positionieren kannst in der Box, wo der Verteidiger dich überhaupt gar nicht sehen kann und dann im letzten Moment davor gehen kannst und ja, ich glaube, das sind die kleinen Dinge und ja, daran sind wir am Arbeiten und ich hoffe, die kann man dann umsetzen in der Saison. So, und du hast deinen Zimmerpartner schon angesprochen, Florian Flick. Wie muss man sich euch zwei als Team vorstellen? Flo wirkt ja nach außen eher immer ein bisschen ruhiger, auf dem Platz auch, ist nicht der, Lautsprecher ist das falsche Wort, aber derjenige, der eher nicht eher mit der klassischen Arbeit auf dem Platz auffällt. Ist er abseits des Platzes auch so oder was passiert, wenn ihr vom Fußballplatz runtergeht? Was kannst du verraten? Nee, ich kann verraten, neben dem Platz ist er genau derselbe. Vielleicht einen Tick lauter, da habe ich ihn ein bisschen angesteckt schon, glaube ich. Hat auch mal ein, zwei Hänger so, aber an sich ein super Typ. Er kam nach Nürnberg, klar lernt man sich dann kennen, aber ich glaube, jetzt kann man dann echt von einer guten Freundschaft drüber reden und ja, ich hoffe, die hält dann natürlich noch ein paar Jährchen. Ja, vor allem jetzt dann für die anstehende Saison, wo ihr beide dann wieder gemeinsam auf dem Platz stehen werdet. Wie blickst du voraus auf die Spielzeit? Klar, der Kader hat sich verändert im Vergleich zur letzten Saison. Es wird sich auch sicherlich noch das eine oder andere tun. Robin Knoche, jetzt nochmal ein neuer Spieler dabei, der wahrscheinlich direkt in eine Führungsrolle auch reinschlüpfen soll, kann und soll. Aber generell, wie blickst du so auf die anstehende Spielzeit? Also von mir aus kann es eigentlich morgen direkt losgehen. Also ich freue mich unheimlich auf die neue Saison, kann es kaum erwarten und ja, müssen jetzt noch schauen, dass wir die anderthalb Wochen rumbekommen und dann geht es endlich los mit der neuen Saison. Hast du dir persönlich irgendein Ziel vorgenommen, wo du sagst, ich gehe mit dem und dem in die Saison rein, möchte das für mich erreichen als Spieler oder sagst du, mal gucken, was passiert? Über die Ziele wollte ich eigentlich die nächsten Tage mal mir Gedanken machen, zu Hause in Ruhe, ja, was meine Ziele sind und dann kann ich dir gerne nochmal verraten in einem anderen Podcast. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit, du hast es schon angesprochen, anderthalb Wochen sind es noch, jetzt das Trainingslager geht zu Ende, dann steht nochmal ein Highlight an mit dem Spiel gegen Juventus Turin. Ist das nochmal so ein, ja, so ein, oder was sorgt das oder wofür sorgt das bei dir? Ist das dann so ein Kribbel, wenn man weiß, okay, Juve, großer Name, italienischer Serienmeister, klar, wir haben es mit Kasper auch schon besprochen im Podcast, es ist schwer zu sagen, mit was für einer Mannschaft sie anreisen werden oder auflaufen werden, aber der Name an sich könnte ja schon bei dem einen oder anderen Fußballromantiker für Euphorie sorgen oder ein Kribbeln, wie ist das bei dir? Ja, das auf jeden Fall, ich glaube, wenn man, egal gegen welche Mannschaft man spielt, wie jetzt letztes Jahr Arsenal oder jetzt Juventus Turin, dann sieht man mal die Stars, wie die sich bewegen, was die überhaupt alles besser machen, was ist der Unterschied überhaupt und genau da siehst du, das ist der Unterschied, das macht er einfach schneller und da ist er besser und ja, das ist einfach, ja, man genießt das einfach und freut sich natürlich auf das Spiel. Wie ist das für dich, wenn du dann in so einem Spiel auf dem Platz stehst gegen namenhafte Gegner, letztes Jahr Arsenal, dann Turin, guckt man sich dann auch wirklich was ab auf dem Platz schon oder ist man da so im Tunnel, dass man sagt, okay, das kann ich im Nachgang vielleicht nochmal mir anschauen und dann eben, wie du schon angesprochen hast, diese Punkte, diese Unterschiede erkennen oder steht man da vielleicht auch schon auf dem Platz und bestaunt möglicherweise den einen oder anderen Superstar, der auf der anderen Seite aufläuft? Bestaunen würde ich jetzt nicht sagen, also man freut sich schon wie ein kleines Kind auf solche Spiele, weil es dann auch schon sehr geil ist, einfach gegen so große Spieler zu spielen, aber ich glaube, auf dem Platz sollte man jetzt nicht den Gegnern jetzt hinterher schauen, oh geil, guck mal, was er kann am Ball, aber da sollte man sich schon auf sich konzentrieren und auf die Mannschaft, was der Plan vom Trainer ist, aber klar, im Nachgang kann man sich ja schon nochmal das Spiel anschauen und dann sieht man ja schon die Dinge, okay, wow, den Kontakt macht er super, der erste Kontakt ist super, der Pass ist genau in dem Timing gespielt, ja, das kann man ja schon machen. Wie groß ist die Vorfreude bei Enrico Valentini? Nervt er euch schon in der Kabine? Ich glaube, er freut sich wie ein kleines Kind, aber in der Kabine hat er jetzt noch nichts gesagt, aber ich glaube, der ist schon sehr, sehr heiß. Für alle, die es nicht wissen, klar, Enrico als gebürtiger Italiener und großer Juho-Fan sicherlich ein absolutes Highlight. Ich schleiche mich dann zum Abschluss, bevor wir quasi den Podcast an der Stelle beenden, kurzer Einblick noch in die Entwicklung oder deine Entwicklung haben wir angesprochen. Gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, das ist das, was ich mir für die nächsten Monate, Wochen, Jahre, wie auch immer oder für mein Fußballspiel vornehme, wo du sagst, da will ich noch dran arbeiten, das muss ich noch verbessern? Oder ist es quasi dieses Gesamtpaket, wo man sagt, man kann sich, der Klassiker, man kann sich in jedem Punkt immer noch verbessern? Oder gibt es so ein paar Punkte, wo du sagst, das will ich jetzt in meinem Spiel, in meinem eigenen vielleicht auch verändern? Also ich wollte es gerade ansprechen, also irgendwo kannst du dich immer noch verbessern in allen Bereichen, aber ich glaube, dass ich einfach noch ein Tick ruhiger werden muss, werden kann am Ball, wenn ich den Ball antreibe oder wenn ich vor dem Tor bin, da einfach nochmal den Kopf hochmache und dann nicht jetzt mit Gewalt irgendwo aufs Tor schieße, sondern ihn einfach überlegt ins Eck legt und da einfach noch mehr Ruhe am Ball haben und den Überblick behalten. Nicht straight nach vorne, sondern links, rechts schauen. Da kann ich mich auf jeden Fall noch verbessern und ansonsten einfach derselbe bleiben, sich nicht verändern. Für wen sollte man sich verändern? Also man sollte sich immer selbst treu bleiben und ich glaube, das macht mich ein bisschen aus. Sehr gut, dann behalte dir das natürlich auf jeden Fall bei. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich viel Erfolg für die neue Saison. Danke auch. Und noch eine entspannte, halbwegs entspannte Vorbereitung und dann geht es hoffentlich zeitnah für euch los. Danke, danke. Tschau. Das war der Podcast mit Add-on Personal, dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel. Der Club Podcast. Der Club Podcast. Wir sehen uns beim nächsten Mal.